Hallo, wir haben gerade eine neue Summonbox, der Arena Kids Foundation, erhalten und speisen hier die ersten Karten ein. Letztes Jahr wurden insgesamt Karten im Wert von 15.000 Euro gesammelt und an die Kinderhilfe Moldawien übergeben. Die Kinderhilfe Moldawien ist ein Kinderhilfswerk, das speziell Waisenkinder in Moldawien und hier im Landteil Transnistrien hilft, ihr schweres Schicksal zu ertragen. Bitte helft uns dabei und schmeißt auch ihr eure Karten hier ein.